Hallo, herzlich willkommen in der 17. Woche. Wir haben in diesem Online-Training schon über das Thema Bilder gesprochen, als wir über die Pausen geredet haben. Mit einer bildhaften Sprache können Sie andere Menschen emotional erreichen. Bilder sind auch maßgeblich dafür verantwortlich, wie sich Ihr Gegenüber fühlt und wie Sie sich fühlen. Gedanken stärken oder schwächen unseren Körper. Es ist Ihre Entscheidung, ob Sie Ihren eigenen Körper stärken möchten, und es ist auch Ihre Entscheidung, wie sich die Leute fühlen sollen, die Ihnen gegenüber sitzen. Wenn Sie über Mitarbeitermotivation nachdenken, dann machen Sie sich bitte bewusst, welche Bilder Sie in Ihrer Sprache verwenden, vor allem Ihren Mitarbeitern gegenüber. Wenn Sie einen Kunden überzeugen möchten, ihn emotional überzeugen möchten, dann spielen die Bilder in Ihrer Sprache auch wieder eine große Rolle. Ihr Gehirn denkt in Bildern. Ihr Gehirn speichert auch alle Geschichten, alle Zahlen, Daten und Fakten als Bilder ab. Deswegen wird bei Gedächtnistrainings auch immer mit Bildern gearbeitet. Jedes Gehirn stürzt sich auf die Bilder und entwickelt diese sofort. Je ungewöhnlicher, desto besser. Wenn Sie bildhaft sprechen, dann führt es dazu, dass Sie sich sehr einfach ausdrücken. Und das ist gut so. Denn je schneller ein Bild entwickelt werden kann, von Ihrem Gegenüber, desto schneller gehen diese Personen in die Emotionen. Ob ein Bild gut funktioniert oder nicht, können Sie an sich selbst testen. Was für ein Bild haben Sie im Kopf, wenn Sie an das Wort Innovation denken? Sie wissen bestimmt, was dieses Wort bedeutet, aber haben Sie auch ein Bild im Kopf? Ein richtiges Bild? Wenn Sie dagegen von einer Erfindung sprechen oder von einer Idee, dann haben wir schon eher ein Bild im Kopf. Wir denken häufig, dass wir bildhaft sprechen, aber tun es gar nicht. Ganz wichtig ist dabei, dass Sie keine Regalüberschriften nehmen. Den Begriff Regalüberschrift habe ich aus dem Buch Klardeutsch von Markus Reiter. Mit Regalüberschrift meine ich zum Beispiel Obst. Bei Obst entsteht allerdings nicht sofort ein Bild. Ihr Gehirn muss erst eine Entscheidung treffen, welches Obst es sich vorstellen soll. Vielleicht entscheidet sich Ihr Gehirn für Bananen, vielleicht aber auch für Äpfel oder es entsteht ein ganzer Obstkorb im Kopf. Möchten Sie schnell andere Menschen überzeugen, emotional bewegen, sich verständlich ausdrücken etc., dann greifen Sie lieber zu Worten, die sofort ein Bild entstehen lassen. Sprechen Sie also sofort von den Bananen oder den Äpfeln und nicht vom Obst. Bei Bildern handelt es sich nicht nur um Substantive. Die Liebe ist ein Bild. Ich liebe dich ist auch ein Bild. Und in diesem Fall vielleicht sogar ein bisschen stärker, weil der Satz sehr persönlich ist. Machen Sie sich über Substantive, Adjektive und Verben nicht zu viele Gedanken. Testen Sie einfach, ob ein Bild entsteht. Ihre Aufgabe für heute. Bei dem nächsten Meeting, der nächsten Präsentation oder dem nächsten Vortrag schreiben Sie bitte auf, welche Bilder der Redner erzeugt hat. Hören Sie intensiv zu und notieren Sie sich mit welchen Worten er welche Bilder in Ihrem Kopf erzeugt hat. Dieses Spiel können Sie zu Hause weiterspielen. Achten Sie darauf, welche Bilder mit welchen Worten erzeugt wurden. Falls heute kein Meeting mehr ansteht und Sie niemandem zuhören können, dann schauen Sie heute Abend einfach 10 Minuten Fernsehen. Und schreiben Sie sich auch dort auf, welche Bilder mit welchen Worten erzeugt werden. Spielen Sie Detektiv. Finden Sie heraus, welche Worte am besten funktionieren. Diese Aufgabe kann ich Ihnen nicht abnehmen, da Sie wahrscheinlich völlig andere Worte als wichtig und gut erachten, als ich es tun würde. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Üben. Bis morgen.